Was macht den Sinn von der Höhe der Investition her für mich? Wie viele Aktien muss ich mindestens kaufen? Und was für einen Betrag? Was macht Sinn? Langfristig wirst du mindestens ein paar hunderttausend Franken sparen müssen. Bis du ins Retirement gehen kannst, damit du 20 Jahre davon leben kannst. Eigentlich sind wir im siebenstelligen Bereich, dass man über die 30 Jahre in der Schweiz sparen muss. Aber am Anfang musst du noch nicht gerade Vollgas geben. Die meisten Leute sparen am meisten zwischen 40 und 60, sogar 50 und 65. Dort wird wirklich richtig gespart. Du bist jetzt 33 Jahre alt. Ich bin der Meinung, du solltest anfangen mit einem Minimalbetrag, der es dir erlaubt, doch richtig zu spüren, was du machst. Weisst du, was dir ein wenig wehtut? Wenn du einen Verlust hast, wo du dich freust, wenn es gut gelaufen ist, damit du richtig lernst. Oder damit du mit 40 ganz genau weisst, wie du es machst. Du musst auch die Erfahrungen selber sammeln. Du musst auch schlechte, gute Erfahrungen machen. Du musst die Erfahrungen auch sammeln. Und ich würde jetzt sagen, ein guter Betrag ist, du schaust das einmal im Quartal an. Du hast ja viel mehr zu tun. Du hast ja Arbeit mit deinen Patienten. Du schaust das einmal im Quartal an. Du investierst 2 Stunden, nicht mehr im Quartal. Und du entscheidest dich, 2'000 Franken anzulegen in eine bestimmte Firma. Pro Quartal. Pro Quartal. Das heisst, du hast nach einem Jahr vier Aktien gekauft und 8'000 Franken investiert. Du kannst eine doppelte oder dreifache machen, wenn du mehr sparen willst. Aber ich würde sagen, das ist so der Betrag, den ich anfangen würde. Am Anfang. Und im Prinzip die Erfahrungen zusammen zu den Aktien und wie das alles funktioniert. Okay. Betrag schon mal weiter. BR�